da haben wir doch kohle und genießen einen ausblick auf das stille nachtwasser und die bucht das ist noch so eine höhle mensch leute eine überraschungskarte das gefällt mir voll irgendwo rennt ein zombie rum ach da werden wir doch gleich mal auf dem kopf würde ich sagen oder so komm her lass dich schlagen schön auf die schnauze mitten rein menschens kind du sollst sterben habe ich gesagt das bin ich abgesackt so na da kommen bäume diese tinten fische sehen auch mal so seltsam aus okay ein bergschwein zwei bergschweine das sind zwei oder eins aus dem atomkraftwerk ein reaktorschwein ja das muss ein reaktorschwein sein bauen wir uns jetzt mal hin hi schweine du weißt du was dich hau ich jetzt kaputt und dich auch aus prinzip badeschweine ein creeper komm mit dem legen wir uns jetzt mal hab ich Lust drauf hey creeper da lässt nicht mal schwarzpulver fallen oh wei eine ganze armee und drei skelette alter schwede heute haben sie es aber nötig die baumbeschützer dreist äh hallo leute das ist doch nicht mehr normal seht ihr das überall sponse ich geh mal das sieht irgendwie auch cool aus muss ich sagen so jungs aber ich muss mir doch auch mal schlagen ihr habt es doch auch verdient ja ich weiß immer schön weg schwimmen so schwimmen wir mal außen rum mit denen möchte ich mich nicht anlegen so so man schützkind skelettparty heute das ist ja unglaublich nur vier nur vier nur vier da ein dummes Viech muss auch mal geben und wieder eine Kuh und ein creeper nächster versuch mit schwarzpulver würde ich sagen ja schwarzpulver und erfahrung so leute immer schön immer schön auf die Kühe drauf hohe schön Leder einsammeln dann können wir uns noch eine Rüstung bauen jetzt wird fast mal Zeit einen Ofen zu bauen aber erstmal haben wir den creeper hier kalt würde ich sagen da unten kommt noch ein zombie ein enderman den creeper müssen wir hauen puh alter schwede solange mich dieses doofes skelett da nicht entdeckt bin ich glücklich muss ich sagen weil ich krieg ungern haue von skeletten aber der mond dürfte schon langsam wieder untergehen ich weiß gar nicht ob das jetzt bei der 1.1 immer noch so ist dass diese zeitspange ich glaub acht minuten tag acht minuten nacht oder so ob das immer noch so ist kann ich jetzt gerade gar nicht sagen wenn mal ganz interessant wenn ihr das wisst könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben das wäre cool so das unnützeste auf dem ganzen spiel gammelfleisch und lex da kommt immer drauf auf den Kalle in der luft zerrissen ich sehe da hinten geht die sonne wieder auf suchen wir doch mal meine skelette weil die lassen wir dann schön durchs feuer sterben also durch die sonne es gibt dann wenigstens auch nur den enderman den gucke ich mir nicht an den enderman so komm her man stirbt wie ein schwein na komm die auf russonne du so ich war natürlich so intelligent und habe meinen crafting cube nicht mitgenommen denn ich brauche langsam mal einen ofen also noch einen das klang nach enderman dieses das klingt immer noch nach enderman da üben rennt da rum so halt was mache ich denn kohle wollte ich so mach ich mir mal was zu essen bevor ich sterbe weil sieht ja ganz schön enge aus so Nummer 1 jam 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 Nummer 2 auch das gegessen so bis er schürt kann ich jetzt gucken wo die skelette hin sind und mir noch ein paar bäume fällen ja das doch mal entfangen würde ich sagen so immer schön die bäume abhacken zu einer gediegenen musik aus dem kann ich jetzt wieder rennen so so auch wenn du schon da stehst nimm ich dich mit so das hacken wir auch noch ein den den baum nehmen wir auch noch mit ja ich weiß nicht ist irgendwie so ein tick von mir das erste haus immer aus holz zu bauen auch wenn es nicht so sicher ist wie es wie man immer erhofft kommt doch kein Viech rein sondern nicht der creeper neben mir explodiert und ein Loch in die wand reißt kommt kein Viech rein so jetzt schauen wir uns schnell mal um hier die ich nehmen wir noch mit sicherheitshalber brauchen wir Nahrung nicht so diesen Baum will ich noch und den nebendran hol den nehmen wir auch noch mit und dann war es das mit meinen baumfiller arbeiten gehen wir mal zurück auf den platz wo wir hin wollten und ja ich hoffe dass ich den noch finde nachdem ich jetzt so wie ein blöder durch die Gegend gerannt bin Setzlinge sammeln wir noch ein und machen noch ein kurzes lag ist auch immer ganz cool gehört zum spiel dazu müsst ihr wissen ja gehen wir weiter so den nehmen wir diesmal mit den Ofen packen wir auch ein und den 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 jawohl immer schöne vollgas nach Hause also Hause ist gut zum zukünftigen zu Hause so so ja ich glaube hier bin ich durch habe Kohle übersehen das passiert mir aber höchstens alle neun von zehn mal dass mir das passiert dass ich Kohle übersehe so so da müssen wir hoch den Crafting Cube nehmen wir auch gleich mit der wird dann einfach verschürt man kann ja alles was aus Holz ist verschüren dann verschüren wir den einfach fertig aus mich wundert es hier waren so viele Monster und hier ist gar kein Drop das ist voll seltsam allem Aaaah hier mussten wir so 36 holz macht zwei mal 64 und einmal 25 das doch schon mal ein anfang und in 25 machen wir uns eine kiste damit das ganze geramschrein tun können damit wir nicht immer mit vollem inventar um rennen muss ja auch nie sein so hier wollen wir runter gucken habe ich gesagt haben wir gesagt das bedeutet die eben gebaute küste holzen wieder ab crafting cube sicherheitshalber aus davon habe ich ja jetzt schon ein paar also werkbank ich weiß ich weiß ich muss mir die deutschen begriffe angewöhnen aber so einfach geht das nicht wenn man schon seit der version 1.2 minecraft spielt immer was anderes macht zum beispiel verkehrt bauen wie ich gerade gemacht habe das ist ja ganz im trend momentan du baust was und reißt es wieder ab das ist voll cool so da haben wir es doch schon so und hier drauf bauen wird unser häuser ich bin wieder meinung das gehört noch weg ich habe mir doch gedacht das gehört noch weg dann machen wir das als terrasse als ausgang machen hier das häuschen hin ungefähr machen wir erstmal kleines häuschen machen wir die größe das taugt so müssen wir erst mal nur